Musik 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 Ja, und dann habe ich ja ewig in Kreuzberg gewohnt, früher, als es noch ein Kreuzberg war. Was haben wir da unten hier? Jefta, die Freiheitsabkommen, die Petite, Pirbett, Japan und den USA. Genau. Kriegseinsätze wollen wir nicht? Eben. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, dass sich mit den Linken sympathisieren, weil die Klaren entschieden gegen Kriegseinsätze aller Art sind. Das ist eine Schwende, die die Grünen überschritten haben. Das passt mir nicht. Was haben wir hier noch? Waffenexport, Rassismus wollen wir nicht. Das ist wahrscheinlich eine Mieterhöhung, ne? Ja, genau. Miete und Mahnung, die gehören zusammen. Und die A100. Ja, die brauchen wir auch nicht. Das E-Mail-Mutal. Dann muss ich mal eine, wenn du überlegst, die wollten ja schon mal hier eine Autobahn bauen. Genau. Ja, genau. Das ist also genau hier, die haben wir verändert im Kreuzberg. Wenn wir jetzt die durchfriedig sein oder unterfriedig sein und durchfriedig sein noch verhindern, dann wird das ein zweiter großer Erfolg. Das war ja immer der Lacher, dass es die DDR noch gab. Ja. Da war ja immer der Lacher. Untertitelung des ZDF, 2020